Ein wirklich anstrengender Tag, selbst für die Bulldogge Lincoln, die wirklich verdammt fertig aussieht. Der viermeiner sitzt traurig und mitgenommen vom Alltagsgeschehen in der Badewanne und wartet nur darauf, dass das eiskalte Wasser über seinen Körper läuft. Doch anscheinend muss er sich noch etwas gedulden. Lang spannt das Härchen ihn auf die Folter und so ganz lustig scheint der Hund das Warten auch nicht mehr zu finden. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Da bleibt nur zu hoffen, dass er noch seine verdiente Dusche bekommen hat. Untertitelung des ZDF, 2020